Musik Bevor Sängerin Griesnais Piaz, 36, Glory, mit ihren Freunden durch die Sussi-Bars von Los Angeles zieht, muss sie natürlich noch schnell ein Selfie machen. Mit dem Porträtmodus gelingen ihr die Aufnahmen offenbar spielend. Auch ihre Fans sind ganz verliebt in dieses Profi-Selfie und loben ihren Instagram-Post in den höchsten Tönen. In besagtem Modus gibt die Kamera Tipps, wie das perfekte Selfie gelingt. Dabei werden die Entfernung und das Licht berücksichtigt. Außerdem sorgt das Programm selbstständig für eine Tiefenschärfe wie beim Star-Fotografen. Nur für den scharfen Look muss jeder noch selbst sorgen. Griesnais Piaz hat damit aber natürlich keine Probleme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017